Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von TechFansTV. Ich bin's euer Fabi und ich zeige euch heute ein Unboxing zu einem Prozessor-Lüfter, und zwar dem Zalman CNPS 5X Performer. Der Lüfter ist für ATX-Mainboards gedacht, er hat eine maximale Umdrehungsrate von 2800 Jbps, er kostet etwa 15€ im Internet und er reicht maximal 32dB. Ist etwas lauter wie andere Lüfter, aber ihr könnt an den Lüftereinstellungen ein paar Einstellungen festlegen, dass er erst bei Volllast richtig laut wird. Ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen was zum Lieferumfang. Hier haben wir das Backblade, damit könnt ihr den Lüfter auf euer Mainboard draufschrauben. Dazu bekommt ihr natürlich noch die Pushpins, um es richtig zu befestigen, und die Wärmeleitpaste, welche ihr dann auf euren Prozessor auftragen könnt. Dann haben wir hier den eigentlichen Lüfter. Für 15€ sieht er auf jeden Fall sehr gut aus. Ich zeige euch jetzt noch zwei Bilder, und bis zum nächsten Mal. Tschau! Ich zeige euch jetzt noch zwei Bilder, und bis zum nächsten Mal. Tschau! Musik 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 K